Du Hurensohn! Du und ich! Genau wie geplant, hm? Komm, schau! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Robert? Sind Sie da? Sind Sie okay? Nein! Dieser Anzug gehört mir! Wir haben eure Technologie weiterentwickelt! Ich halte doppelt so viel aus wie du! Du Hurensohn! 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 Du bist einer von uns. Ich bin nicht wie du. Ganz und gar nicht. Ich bin besser als du. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Ich bin besser als du. 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 zu opfern. Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde Prophet. Prophet! Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschen gedenken. Nur Befehle befolgt? Ist er überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut wie eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden, und diese Maschine versagt, was passiert dann? Lawrence, halt durch! Jeder hat eine Wahl! Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? Lawrence! Sie haben etwas, Prophet. Spots, halt durch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Lawrence! Spots! Es geht nicht auf den Abschluss! Spots, halt durch! Lawrence! Spots! Spots! amientos! Spots, halt durch! in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Archangel. Totale. Orbitale. Vernichtung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe Fehler gemacht, aber ich bin nur ein Mensch. Mein Name ist Lawrence Barnes. Sie nannten mich Prophet. Vergessen Sie mich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020